Heute möchte ich dir drei unglaublich wirkungsvolle Kommunikations-Hacks mit auf den Weg geben. Im Bewerbungsgespräch sind sie der absolute Killer und machen dich zu der Person unter den Kandidaten, die garantiert in positiver Erinnerung bleibt. Ich bin mir sicher, dass du diese Hacks auch in vielen weiteren Situationen zu deinen Gunsten anwenden kannst. Erstens, unterbreche deinen inneren Monolog. Oftmals hören wir unserem Gegenüber gar nicht richtig zu, wenn es spricht, weil wir so darauf fixiert sind, unsere eigene Nachricht platzieren zu wollen. In unserem Kopf kreist dann nur noch diese eine Botschaft und nimmt sämtlichen Raum unserer Gedankenwelt ein. Die Gefahr dabei, wir fallen einander ins Wort, wir reden aneinander vorbei und es entstehen Missverständnisse. Also, unterbrich deinen inneren Monolog und zweitens, hör dem anderen so aufmerksam zu, als könntest du jederzeit etwas Neues von ihm lernen. Daraus ergeben sich die besten und genialsten Folgefragen, die du für ein Jobinterview gar nicht vorbereiten kannst. Du darfst, nein, du sollst auch nachfragen, wenn du etwas nicht hundertprozentig verstanden hast. So erwächst du ein Gespräch wahrlich zum Leben und das führt mich zu Drittens, führe Kommunikation, um der Kommunikation willen. Sprache ist lebendig, Sprache ist Leben. Durch die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Individuen entsteht etwas Neues, etwas Lebendiges. Sei auch du ein Erschaffer lebendiger, erfüllender Kommunikation. Du kannst gleich jetzt damit beginnen, mit deiner Freundin, deinem Arbeitskollegen, deiner Vorgesetzten, dem Busfahrer oder sogar einer Person, die du eigentlich lieber meidest. Stell dir vor. Ich wünsche dir viel Spass beim Üben, deiner neuen Fertigkeiten und ich garantiere dir, dein nächstes Jobinterview wird bombe. Unterbreche deinen inneren Monolog, höre dem anderen so aufmerksam zu, als könntest du jederzeit etwas Neues von ihm lernen und führe Kommunikation, um der Kommunikation willen. Boom! Auch dich mache ich fit für deinen Erfolg in Bewerbung, Job und Karriere. Zögere nichts und kontaktiere mich telefonisch. Auf lucastraining.ch findest du mehr Informationen rund um meine Inhalte und Angebote. Wir sehen uns, wir hören uns. Okay, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.